hallo was geht und willkommen zurück zu Minecraft Thorsten hat ja auch noch versaut ey versaut die Anmode hallo diesmal willkommen zurück tschüss und guck mal Wilms ich liess mal kurz meine Tür ab zeigst du mal den, 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 den tollen Zuschauern ja ich hab Umgehungen fürs Feld oh Alter geil alter guck dir das mal an alter geil alter du hast einfach bloß du hast einfach bloß Platten einfach rübersetzen können aber gut so schloss abgeschlossen nee das wär nee geht nicht weil dann wärst du ja gegen die Decke geraten ah das stimmt naja lol so Plan für diese Aufnahme ich würd sagen ähm wir werden weiter arbeiten weitere Höhe weiter arbeiten wir haben auch nicht aufgenommen 10 Folgen ja wer hat denn das Holz hier so gemacht ich hab das hab ich doch grad eben erzählt damit du da rumlaufen kannst gerade eben hab ich das gemacht ok alles klar oh was wann gerade eben mann was macht denn vor wir hier bevor Aufnehmung war bauen was denn sonst verdammt warum machst du sowas vor der Aufnahme verdammt du machst vor der Aufnahme oder was bist du behindert Alter verdammt verdammt das ist mal Alter komm her ne komm her komm her hey lass kommst du mich bitte dich so angucken du kommst du komm kommst du danke wontAKE so Total gießen Mit einem diamanten alter gießen wollen wir uns erst mal nicht eisenmäßig schwerter ausrüsten und so das Wenn wir wenn wir wenn wir haben wollen dann brauchen wir brauchen wir jetzt eisen noch für für eimer Ja, so viel so viel haben wir aber wir haben 13 eisen gerade aktuell Einen eimer Ja ich war auch ein eimer Wir müssen wir brauchen Also also eine unterkunft mit mit der küche und wohnen ich habe mal Das muss doch mal gemütlich sein das ist unser wohnzimmer Machen wir jetzt erst mal ein portalraum Puppe bevor du was machst Ja warte Das kommt hier aber nicht hin Das portalraum kommt da unten hin Irgendwo da ganz Ja Puppe der macht das sofort Ich mach das ich mach das ich mach das Hier unten hier unten ist doch schön Irgendwo da unten Verdammt Lass den doch hier jetzt machen Hier guck mal hier rein Nee das ist zu nah Dann ist Puppe genervt Dass wir im Wohnzimmer beim Fernseher gucken Okay Ja natürlich Hallo Dann lass das hier mal Ja das gute Da an der Ecke da unten An der Ecke da unten Könnt das gerne machen Ja Puppe der hat ein Fernseher Hat jemand einen Eimer gemacht? Hast du Eimer? Oh hier ist ein Eimer Fuck hier ist eine Höhle Ist ja sehr gut Brauch jemand einen Lappen? Für jeden habe ich schon einen Eimer oben reingelegt Alles klar Dann nehme ich drei Eimer und gehe dreimal Also für Eimer Genau Gehe ich alleine für drei Mach das viel Spaß Ich hab auch einen Eimer bei Wenn das mal Ich kann auch acht machen Ich stehe hinter dir Ich geh hinter dir durch Ja ne ich mach hier gerade Portalraum Ich hab Angst vor Monst drin Wie groß muss das sein? 3x3 ne? Hier mal 8 War das hier unten mit der Höhle? Nee das war hier mal 3 3x3 ist das Portal groß Also die Innenfläche Oh ich hab Eisen gefunden Sehr schön Lass mal ein bisschen Okay 3x3 ist das hoch Also müssen wir noch ein bisschen Torsny Alter Was ist das hier? Torsny werfen mir ein bisschen Stein zu bitte Hallo Torsny Das ist unser Wohnzimmer Ah ne du bist ja nicht Torsny Das geht so nicht Das ist unser Wohnzimmer Oh ne du machst alles kaputt hier Naja Aber das passt alles Frag dich nicht mehr Es geht wieder weiter Es geht wieder weiter Es geht wieder weiter Wie jetzt mal Oh ne Oben wird wieder mehr erzählt Es regt mir mehr Ja ist auch gut Ne unten wird genauso viel erzählt Das ist das Problem Ja So Eisen Geil Alles klar Regt mich schon wieder auf hier Ja Echt mal Jetzt regt euch mal alle gegenseitig auf Dann haben wir den super Aufreger Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da hast du den jetzt schon wieder gesehen Fuck ich wurde getroffen Komm zurück Komm zurück Wo bist du denn? Irgendwie weißt du? Ich hab irgendwie heute komische Frames zahlen Die weißt du die gehen einfach Die gehen einfach auf 30 Da ist er runter Wird eigentlich Lava War das nicht in Lava Torsny? Oh das Geld kommt Das Geld kommt Das Geld kommt Das Geld kommt Das Geld ist ja Das Geld ist ja Das Geld ist ja Das Geld ist ja Das Geld ist doch Stirbt jemand Alter Das ist keine War niemanden nichts passiert Alles gut Alles gut Alles gut Wir haben nur 2 Punkte von 100 War ich unten? Wo war ich unten? Wo war ich unten? Wenn dann Wenn dann mehr da unten Ja Alter Torsny ich bau was ab Ich hab das nicht gesehen Dass da noch was war Deswegen Ich weiß das hier der Creeper war Creeper steht auch draußen vor der Tür Nee das war Das war ja nicht der Lava Oder das war der Creeper Ich weiß es nicht genau Ich weiß auch nicht mehr so Ach das ich bau natürlich Oh spring nach unten Das wir nicht mehr drauf kommen Hier waren wir doch schon mal Ja aber hier war ein Creeper Das weiß ich noch Also ich sehe jetzt Das war kein Beim schneiden Beim schneiden Hab ich das gesehen So ok Das war die Szene Wo unten Küper stand Und wir uns erschreckt haben Achso stimmt Stimmt Aber das muss ja jetzt nicht heißen Dass der immer noch da ist Natürlich nicht Aber ich meinte bloß Weil ich dachte das hätte sein können Dass wir es nicht gesehen haben Ach hier ist Lava glaube ich Ja hier ist Lava Ah sehr geil Sehr geil Cool geil Ja nice Super geil So dann fülle ich gleich mal den Eimer Glaub ich auch schon Dann lass den erstmal nach oben bringen Ohje Umbringen ja ok Ja dann lass den ja schon an Erstmal umbringen Erstmal umbringen Wir hätten mal Wasser holen sollen Erstmal ey Wasser haben wir hier Na Wasser Wasser haben wir genug Ja dann Dann bring mal Wasser runter Weil wir müssen gießen jetzt Ja ok los komm Alter ist ein bisschen Das ist ein bisschen hier ne So Was ist denn dein Problem Pope Wie geht denn das nochmal um Obsidian Das ist richtig toxic alter Du machst ein stehendes Wasser Ich weiß nicht das ist ganz schön fertig Warte mal Ja ne ich will hier zu bauen Wand So weißt du So siehts besser aus Brauchst du oben stehendes Wasser oder was Oder unten Nein du machst unten stehende Lava Und dann machst du einfach bloß ein Einmal Wasser drüber Drüber nicht rein Ok alles klar Gut ich hab unten stehende Lava Danny Du kannst drüber kippen Wasser Weil soll ich ein Wasser nehmen Ja Danny hat kein Wasser Ich dachte Danny hat Wasser Was hast du denn hier Danny Soll ich ein Wasser nehmen Nein ich hol schnell Wasser Und wo ist ein Mal Lava hin Habe ich irgendwo Lava ausgekippt auszusehen Weiß ich nicht Wäre ja gut möglich Ja ich weiß nicht hier finde ich hab Ich hab ein Lava Na egal Dann mach ich mal mit Wasser auf Ähm die Treppe ist natürlich gut Weil unser Ausgang dadurch versperrt wird Ähm nein guck da mal tausend hier Ach hier Ach so Jetzt bist du dumm Jetzt gibt's gehen los ey Alles Klärchen Alles Klärchen Ich hab's ja gesehen Ich hasse das nicht So ein Wasser einmal kaut Lass uns erstmal Unendliche Läuter Oh Gott Läuter Ich hab fast ins Lava gesprungen Alter Ich wollte gucken Was das für ein Gang ist Lass uns erstmal Unendliche Wasser Quelle machen Hast du ein Wasser einmal bei Warte kurz Ich mach hier auf Habe ich hier unten bei Ok mach mal da auf Ich hör Lava Ich hab Axt vor Lava Ja Komisch Ich auch Ich weiß auch nicht warum Die ist doch immer so nett Dann kann ich gleich schon mal ein Lava einmal holen Zack Ja Sehr gut Ähm Ups Ich glaub ich hab grad das Wasser weg Äh das Lava weg gemacht Jetzt hol ich mal Lava rein Ups Ich hol mal nochmal Lava von unten Mr. Lava Lava Mmmmm Benni geh weg kurz Wir müssen äh den Den Gang noch eins hör bauen Weil so kommen wir nicht wirklich schnell runter Die Menschen gehen mal so die Ups Jetzt hast du das ganze Wasser weg gemacht Äh die ganzen Fackeln Thorsten du musst die Fackeln alle aufsammeln Wenn du hoch kommst ja Ups Ja mal gucken Vielleicht Ja gut Ja gut Ja gut Passiert Wims hat den Keller geflutet 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 Was wo ist das? Hinter Hinter dem Wims hat den Keller geflutet Also ich Also ich Ich mach das auf ne Ne Ich hab's auch Da ist kein skillet Ne es ist jetzt weg Aber es war gerade noch da Äh so warte mal Ja jetzt nochmal Also erst Sicher das ruhige Lava Ja ist ja Oh ja ist ja Sehr gut Ähm Hä wo sind Meine Lava ist weggepackt Was? Ja ist mir auch passiert Ja irgendwie Ist das aber buggy Ich kann auch keine Dings aufnehmen Ne Oh nice Das ist äh Also Also bei mir ist alles okay Ja du bist ja auch propel Ja Also die Die Fackeln hier unten konnte ich aufnehmen Das ist schonmal very good Oh nice I don't give it Oh nice Du bist dreimal Lava bei Ich hab jetzt Ich hab jetzt Mermats genommen Ich musste Ich musste Mermats nehmen damit es vorher ist Die Lava Die Lava Die Lava Die Lava Die Lava Ah Wims kommt Irgend hier Ja okay Ich komm nicht durch Weil ich bau ab Und jetzt fällt der Kopf Dann auf der Kopf Und du bist tot Ja Der ist voll geil Wenn sie das einfilmen So Lava ist Wasser Muss ich das In den In den Lava Block pläten Nein da drüber Ah sehr gut Jetzt den ganzen Facken natürlich wieder weg Ne ich hab extra hier den Ding jetzt hin gesetzt Ne Du müsst erst mal weggehen Oh fucken Was machst du eigentlich da draußen Hä was ist denn jetzt hier für ne dumme Ja du kannst doch nichts Mach die Slap mal wieder weg Warte mal kurz Nein Wie ist extra da Warte mal ich muss Ich muss es mal wegreißen Ich seh nicht wie Ich kann das nur nicht sehen das Portal ist Ja ich mach das ich mach das gerade Ich kann das nicht sehen Kann man doch drinnen machen ey Scheiße hier Scheiße hier Scheiße hier Scheiße hier Scheiße hier ist kaputt Komm ich hab nen Eisenpanzer Ja den haben wir ausgegeben jetzt mal Geil Den hab ich dir sogar gegeben Danny ey ey Nein den musste ich mir holen Ja weil du einfach zu faul bist ey Gäß Bäh Okay ich mach jetzt ne Krone aus dem Gold Mach dich für Spaß Ja wenn Populi aus Anu Översung machen kann Denn da wick das doch So in der Saison dort steht Drei Stück müssen es sein ne Dier ist ne Höhle ich hab ne Höhle gefunden Boah schön für dich Ich friss nen Keks Ach, ach, ihr habt ja schon so halb erkundet, die ist aber noch ein... Oh, da ist ein Creeper! Ein Loch musst du reinmachen! Populi, renn weg! Bims, ich komm runter, warte, pass auf! Ich will hier Lava füllen! Ja, geh weg, du machst hier Lava! Wo, wo leben wir denn? Wird kein Fallschaden kriegen, bauen wir ab! Renn weg, Populi! Oh fuck, unser Lava-Becken ist in Gefahr! Warte, jetzt machst du hier noch ein Loch rein! Hier ein Loch, da! Weil, unter anderem seid ihr uns geletscht! Weil, wir hier keinen, ob sie den brauchen, an der Stelle! Eins tiefer musst du! Nein, nicht da! Mach da wieder einen Block! Ich hab drei, Mann! Ich will gleich drei machen, nur Fischkopf! Hör mal dazu, Alter! Populi, bei dir, alles klar? Warum drei? Nein! Willi, das ist Verschwendung! Du brauchst nur zwei! Das ist keine Verschwendung, das ist super! Das ist Verschwendung! Das macht man so! Ich will ein ganzes haben! Ich will ein ganzes haben! Wir wollen ein ganzes haben, Danny! Ich will ein Orgasmus haben! Bäh, bäh, bäh! Was? Was wollen sie denn mit Lava-Becken jetzt? Das ist nicht? Da ist ein Fücher! Da ist ein Skelett auf der anderen Seite! Oh, schön! Wieso ist meine Lava schon wieder? Oh, ist meine Lava wieder weggepackt, ey! They don't give a shit! Schön, dass man immer doppelt die Wege rennen darf! Das ist wirklich traumhaft! Wenn sie gefällt, der meckert doch nicht hoch! Das ist so gefährlich hier, ne? They don't give a shit! Oh, das warst du, Alter! Ich dachte jetzt, das wäre jetzt ein Monster, ey! Ja, das wäre aber ganz schön schnell unterwegs gewesen! Mit einem Lava-Eimer in der Hand! Ach ja, ich habe in der Aufnahme übrigens beim Rennen habe ich gesehen, dass ich Diamanten übersehen hatte! Echt? Weiß aber nicht, wo, ne? Hier ist ein Skelett draußen! Doch, ich weiß ungefähr wo! Dann, äh, pass auf! Oh, Tassi, du bist so doof! Nein, das ist falsch! Was machst du denn da? Ich mach da... Hä, bist du doof? So! Cool, wa? Tassi, man macht doch nur zwei Blöcke in der Mitte! Nein, wir wollen drei Blöcke in der Mitte haben! Wir wollen ein großes Portal! Mein Gott! Ja! Wir verschwenden so viel Lava, Alter! Ist egal! Wofür brauchen wir denn sonst noch Lava? Was hast du hier gemacht? Egal! Wir brauchen eine Dreierbreite! Weil, der Wilms, der ist ein bisschen breiter und deswegen... Äh, stimmt, ich passe da natürlich rein! Und deswegen, wir machen uns so breiter, damit auch ein Gas durchpasst, der uns verfolgen kann! Richtig! Alter! Das ist logisch! Machen wir hier... Oh! Scheiße! Alter, was machen das Skelett da im Wasser? Ups! Ich hab... Weißt du was? Ich hab, glaub ich, grad ein bisschen Lava! Ähm! Ich... Ich hab... Hast du gegessen? Ja, gegessen! Und wie hast du überhaupt nachts raus, Profil? Können... Ey, ist Tag draußen, Junge! Na, noch schlimmer! Scheiße, da hab ich getroffen! Der Wilms ist dumm, er macht alles dunkel! Weil ich hab Fuckin! Oh Gott! Ups! Oh, Entschuldigung, Tosny! Tosny! Oh, Tosny, jetzt geht er aber noch runter! Er war direkt vorm Ende des Wassers, weißt du? Ja, nein, ich hab... Ich hab... Ich hab die Fuckin gleich ausgepackt, damit ich hier wieder ausleuchten kann! Gut, wa? Oh Gott! Das ist doppelt und dreifach ausleuchten! So, Tillett! So, ich hör mal da mal Lava! Alter, warum ist das ganze Wasser da unten? Kommt es her! They don't give a shit! Was machst du da eigentlich, Tosny? Willst du ein Doppel zum Portal machen, ja? Ja! Mit zwei Eingängen! Doppel hält besser! Doppel hält besser, ja? Nicht doppelt, sondern doppelt! Ne, doppelt! Doppel hält besser! Ja, wir kennen den Doppel nicht, ja? Also... Aiui... So, übrigens... Danni, kommst du mit runter? Ich weiß nicht, wie er machen muss! Ich hab keine Spitzhacke! Womit sollten sie das abhauen? Ach... Dann mach ich das auch nicht! Dann lass ich jetzt da drüber! Weil hier der Aufgang ist... Ich mir hoch!